Herr Fischer Kaffee oder Tee? Tee. Geburtstag Riesenparty oder kleiner Kreis? Eher kleiner Kreis. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Sommer oder Winter? Sommer. Im Kino Popcorn oder Nachos? Popcorn. So sieht der perfekte Sonntag für Sie aus. Frühstück mit der Familie, vielleicht auch zum Gottesdienst und dann mit Freunden eine Radtour. Das wäre top. Das regt mich richtig auf. Da gibt es ganz viel, gerade in der politischen Welt. Aber wenn jemand nicht bei seiner eigentlich verkündeten Meinung bleibt und dauernd hin und her schwenkt, das regt mich doch schon auf. Das finde ich an mir richtig gut. Meine Frau? Familie bedeutet für mich? Zusammenhalt, Spaß. Ja, das ist schon so. Zusammenhalt ist ganz wichtig. Was oder womit haben Sie als Kind am liebsten gespielt? Es waren schon Siko Trecker und Autos und Lego. Wie heißt Ihre Lieblingsband? Da habe ich gar keine. In welcher Zeit hätten Sie gerne gelebt? Ich lebe jetzt ganz gerne. Mit wem würden Sie gern mal einen Tag tauschen? Einen Tag tauschen? Ich wäre gern mal Busfahrer irgendwie. Warum sind Sie ein guter Freund? Weil ich, das sagt man mir wenigstens nach, zur Stange halte. Also wenn ich was sage, dann bleibe ich dabei und bin da treu. Und so sieht Ihr Gesichtsausdruck aus, wenn Sie die Wahl gewonnen haben.